Willkommen zurück zu einer neuen Folge Portal 2! Wir sind hier in Folge 27 unterwegs in Abschnitt Nummer 5 und gerade auf dem Weg zur Testkammer Nummer 5, das passt ja, und mal sehen was uns dort erwartet. Bis jetzt hatten wir schon mit den schleimigen Gehlen zu tun, äh mit Bewegungsgehlen natürlich, aber es ist schon ziemlich schleimig, finde ich. Und jetzt schauen wir mal! Jetzt schauen wir mal! Die Testkammer 2 war ganz schön der Hammer, aber in 3 und 4 war viel einfacher. Jetzt kommen noch 5, 6, 7 und 8, richtig? Ja. Ach, irgendwie gefällt mir das nicht. Dieses Boden weg und wir fallen runter ist irgendwie ein unschönes Gefühl. Guck mal, es gibt keine Gehle diesmal. Was? Keine Kackgehle? Nee. Dafür aber Sprung, Bounce, Quetsch, Wasser, Schnelllauf. Schnelllauf? Wahrscheinlich ist das auch irgendwas mit Gehle, ne? Ja, Gehle an der Wand oder so und dann können wir schnell weglaufen. Kaution, Kaution. So, ähm. Hast du schon alles vollgeschleimt hier? Das ist schon alles vollgeschleimt? Ja, alles voll. Da ist das Exit. Wo, wo, wo? Da so. Kann ich an den Knopf ran? Ich glaube, ich habe ihn gedrückt. Ja! Oh, ist das gemein. Hast du das gesehen? Ja, das ist ja dein Bildschirm. Und ich muss springen, um ihn zu finden, ne? Er zu fangen. Und da kannst du Gel kacken. Hier habe ich Gel, ja. Ach, guck mal, das ist rotes Gel. Cool. Das macht, dass ich superschnell werde. Ach so, das ist ein anderes dann. Ja, pass auf. Mal so Gel und... Ah, und dann musst du da so rüberlaufen ganz schnell und den dann fangen. Da eigentlich. Ne, ne, du musst jetzt hinter dich. Hinter mich? Ja, da. Und dann hast du so eine Andaufspur. Kannst du ganz schnell da so... Meinst du? Und dann hast du den Ball. Oh ja, tatsächlich. Alles klar, bereit? Ist das eigentlich so gedacht, dass man den von unten drückt, den Knopf? Naja, wir machen das einfach mal. Es fühlt sich so unwirklich an. Ich mach mal auf die Plätze, halt ich, und los. Du, was, bisschen zu schnell. Ich bin schon beim Exit. Aber wir kriegen die Tür nur auf, wenn wir den fangen. Okay. Dann, machen wir, musst du anders loslaufen. Später. Ja. Okay, na gut. Wir gucken mal. Drück doch mal... Drück mal. Oh, das war nix. Hä? Hallo? Hä? Okay. Ja, musst du doch. Jetzt. Ja, okay. Alles klar? Jo. Ne, ich bin nicht schnell genug. Also? Du drückst, wenn ich schon laufen bin. Ah, ne. Achso. Okay. Okay. Okay, sag mir, wenn ich drücken soll. Oder sag mir ne Sekunde vorher Bescheid, damit ich noch springen und drücken kann. Okay. Und los. Das war... Ich drücke jetzt. okay, ich drücke jetzt. ая sauknapp. Und der arme Würfel, wie auch für ihn sterben lassen. Und jetzt. Er hat ihn geschafft. Jetzt testen wir mal. Das hat funktioniert. Das heißt jetzt komme ich zu dir? Jetzt kommst du zu mir. Ich gehe schon mal aus zur Seite. War das wirklich so gedacht mit dem Knopf drücken? Ich bin sehr unsicher. Also ich mache einfach so. Wahrscheinlich soll einer hier rüber und dann drückt der andere einfach den Knopf hier von hier oben. Ach der ist hier? Ja. Achso. Ja gut. Oh jetzt ist der Würfel kaputt. Entschuldigung. Kannst du noch einen holen? Wir machen das nochmal regulär. Oh Mann. Okay. So ist das also. Und los. Ach komm ich kann da auch stehen bleiben einfach. Hast du das gesehen? Pass auf. Ich mache das nochmal. Das ist einfach so. Achso. Ja cool. Na egal. Wir machen das einfach. Jetzt nochmal ganz regulär. Ohne irgendwie geschummelt den Knopf zu drücken. Also. Und los. Sehr gut. Ich habe ihn. Dann gehe ich mal weg von dem Knopf. Nicht dass ich ihn nochmal drücke. So. Und jetzt durch. Uh. Geschafft. Spitze. Ich glaube du musst hier lang. Ich gehe dann hier lang. Genau. Nein wirklich. Du wärst viel schneller da gewesen wo ich jetzt bin. Ist das der Final Exit? Ne ist nur der Speicherpunkt. Thank you for keeping. Oh ja. Oh na toll. Jetzt sind hier Crunchies. Crunchy Crunchy. Und jede Menge Portallöcher. Da kommt Schleimi Schleim. Gel Flow. Knopf. Knopf. Wir brauchen auf jeden Fall einen Würfel. Geh mal runter. Richtig eigentlich runter schubsen. Ich bleib erstmal hier oben ne. Also hier ist was mit Würfel ja. Den Würfel brauchen wir für Exit. So sieht es aus. Ja das stimmt. Da hinten ist noch ein Schalter. Und hier haben wir rotes Gel. Wo ist der Knopf dafür? Daneben. Notes Gel. Achso das brauchen wir bestimmt damit wir schnell genug unter diesen Crunchies unter durchlaufen können oder? Ja. Bestimmt. Soll ich auch schon mal runter kommen oder soll ich noch oben bleiben? Bleiben wir auch mal oben. Ich weiß noch nicht genau wo das hin soll. Da hin? Ne. Da hin? So. Gleich so. Wenn du jetzt das Gel kackst, dann ist schon mal hier die Strecke vollgekleistert. Ah ja. Ah ja. Ich glaube wir müssen da so richtig richtig schnell durch. Genau. Ja so jetzt halt über das Gel laufen ne. Genau. Und zwar. Wie man da vernünftig reinkommt weiß ich jetzt noch nicht. Aber dann haben wir, ich glaube es ist auch eher der Rückweg. Kann das sein? Kannst du nicht hier ein Portal schießen? Äh. Wo denn da? Ja. Welche Farbe hättest du gerne? Egal. Hell ne? Und dann links jetzt nochmal. Wo ist links? Da. Genau da. Ja das geht. Achso dann wird... Ah jetzt verstehe ich. Ist das auch alles voll? Okay. Und jetzt? Äh. Springen wir einfach da so rein und dann... Achso dann machst du Anlauf sozusagen gerade oder was ne? Dachte ich so. Und wo landest du dann am Ende? Weiß nicht. Da raus? Bei der 1? Ja ok. Hm. Weiß nicht ob das sinnvoll ist. Ja klar. Mach das mal. Also wir fahren da durch. Also ich bin zum Beispiel in Rot rein und dann komme ich bei Gelb raus und dann komme ich zu hellblau und dann komme ich bei Blau und dann werde ich gegen die Wand. Das heißt die Wand muss andersfarbig sein. In mir ist das nicht zu schlau ja. Vielleicht reicht das auch wenn du hier zum Beispiel jetzt auf der 1 wo ich dir zum zeige ein dunkelblaues maß. Mal gucken wie schnell ich werde wenn ich da rein springe. Ein dunkelblaues. Ja. Und jetzt go. Und los. Hm. War das schnell? Ich glaube du musst bevor du in das Portal flitzt schon den Schub kriegen. Vielleicht... Warte. Ne warte mal nicht. Ähm. Ich weiß es nicht genau. Also hier sieht die Anlaufstrecke sehr viel angenehmer aus als da. Da fehlt da die Hälfte. Vielleicht würde ich einfach von hier loslaufen. Also wenn du... Mach mal dein gelbes dahin. Achso hier ist noch gar nicht so viel... Genau da ist noch nicht so viel Schleiming Schleim. Ah ja. Das heißt wir machen... Ist das hellblaue? Ja. Ähm. Soll ich nochmal hier das... Willst du jetzt nochmal Gel machen? Vielleicht schleimt der dann den Rest schon voll. Ich glaube man soll das Gel von hier machen. Ah. Ja dann mach das mal. Aber du kannst auch gerne mit runter kommen wenn du willst. Nö jetzt bleib ich hier. Okay. Okay. Du machst das schon. Von hier kann ich immer so schön sehen. Ist das auch alles voll? Das sieht jetzt besser aus. Und... Das heißt wenn du jetzt durch... Was immer da ist durch gehst. So. Ja genau da. Dann könntest du vielleicht den Buckschub kriegen. Hier schneiden. Jetzt ist er auch an der Wand. So. Oh nein ich bin runter gekommen. Nein. 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 Okay. Also jetzt nochmal. Kannst du denn hellblaues nochmal setzen? Warte. Hallo. Wo denn? Ist das überhaupt weg? Ich habe es weg gemacht. Entschuldige. Frechheit. Da? Ja von mir aus. Genau. Und jetzt los. Ja lauf mal. Wenn du es nicht schaffst schaffe ich hinter dir. Hm. Irgendwie ist man nicht schnell genug. Da muss man doch beide nehmen. Also muss quasi... Pass auf. Folgendes. Du gehst durch das... Dunkelblaue hier vorne. Ja. Gehst du durch. Immer durch. Warte stopp. Vorher setzt du natürlich... Ähm... Das... Orangene dahin. Und das rote dahin. Und das rote dahin. Genau. Jetzt gehst du durch das dunkelblaue. Und stellst dich an diese Wand hier. Genau. Und jetzt wartest du kurz. Ah. Jetzt mach ich für dich nämlich... So. Und so. Und dann kannst du den doppelten Anlauf genießen. Oh. Oh. So viel Spaß. Fast. Haha. Dann muss man hier vorne auch noch... Ne. Muss man wahrscheinlich nicht. Okay. Warte. Äh... So. So. Vielleicht musst du noch abspringen am Ende. Okay. Machen wir das. Okay. Ist alles bereit. Achso. Achso. Du musst natürlich gucken mit dem Timing, ne? Ja. Von den Stampfungen. Nein. Das war ja so knapp. Äh... Ja. Ich glaub das war gut. Ich glaub das war auch. Das ist die richtige Idee, ne? So scheint es. Dann musst du deine nochmal setzen. Äh... Äh... Und ich meine... So. Sie dürfen wieder. Boah. Das war... Anscheinend hab ich den Absprungpunkt nicht geschafft. Ist okay. Einen Versuch hast du noch. Dann darfst du, ne? Haha. Okay. Jetzt schafft er's. Jetzt schafft er's. Jetzt schafft er's. Jetzt schafft er's. Ja. Ich glaube fest daran. Ich hab doch fest dran geglaubt. Ja. Das ist alles kompliziert. Woah. Zack. Und let's go. Okay. Hmmm. Ja. 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 Zu spät. Ah. Ja. Ja. kannst du da sehen wie ich glaube ich da so ich kann mal gucken ja das idee wert weil so ein bisschen also es fehlt ein kleines stückchen rot am ende weiß ich genau noch nicht reingehen du musst deine fortale total hier total da also ich kann auch meine ich kann jetzt auch selbst setzen ne dann sind dann ja okay so jetzt gucke ich wie knapp das ist so wenn du schaffst ich sehe dann wie knapp das ist okay das war naja also der mittler hat dich erwischt von den dreien vielleicht muss man auch von von diesem punkt aus hier von der wo die 2 darauf gemalt ist und aufnehmen das bringt nichts jetzt auch mal ja lassen wir auch mal ich mache so genau setzte mir das andere noch ja ja wo bin ich denn jetzt ne das war aber noch nicht nochmal ah jetzt bin ich hier drin ok der trick ist man muss hier schon einmal springen ich sag dir das ok ich gucke auch mal wie knapp es wird ok na dann wie hast du das wieder gemacht na das war unglaublich jetzt rück ich hier auf den knopf und dann passiert folgendes wir sind auf der falschen seite versorgt da ist ein häkchen wir brauchen aber noch ein häkchen das heißt jetzt musst du es auf der anderen seite schaffen ja geht das überhaupt klar das ist beides das gleiche also deine sind schon gesetzt das ist ja schön ne das sind aber die die du setzen musst weil ich muss die anderen ja machen dir ne genau ok oder ich kann doch nicht jetzt habe ich natürlich nicht runterfallen das wäre fahrt aal so also ich muss da 1 sind pappen und da und dann mache ich da und da und jetzt machst du einfach genauso wie ich dann bist du denn losgelaufen jetzt ungefähr also knapp bevor es nach oben bis bevor es oben angeschlagen ist bin ich gesprungen und dann losgelaufen irgendwie so kannst du dir in der folge nochmal angucken wenn du willst nicht stehen ach da fehlt das gel ja dann bist du bist du deutlich früher losgelaufen als ich warte ich helfe dir mit dem gel ach so das kriege ich auch sonst noch hin ich hab schon kannst du drücken du hast schon alles klar ja das reicht wohl äh so ok na so ich habe alles präpariert ok von hier kann ich das noch viel besser sehen wo du zerquetscht wirst ja gleich nochmal so nochmal sag ich mal wann du losgelaufen bist ähm so da ne äh jetzt oder da bin ich gesprungen ich bin ja erst einmal gehopst jawoll so weit so gut der oberhammer so jetzt haben wir den würfel ja das reicht schon oder glaube auch guck nochmal was passiert jetzt legen wir dann da rauf und dann passt nicht können wir einen neuen haben angesichts eures tempos bei diesem Test glaube ich allmählich ihr teilt meine Hingabe für die Rettung gefangener, weinender, verletzter, sterbender Menschen nicht wenn euch das nicht motiviert dann weiß ich auch nicht alles klar das war's für diese Folge und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Testkammer Nummer 5 äh Nummer 6 mit den Bewegungsgielen super bis dahin bis dahin tschüss